Hallo, hallo und herzlich willkommen beim GFA Video-Vlog. Wir sind zurzeit in Niederolm angekommen und neben mir sitzt Bianca Moll. Sie arbeitet in der Verwaltung in Niederolm und stellt sich jetzt noch mal selbst vor. Ich bin die Bianca, ich bin 33 Jahre alt und arbeite seit März in der Verwaltung als Verwaltungsangestellte. Und wie bist du zur GFA gekommen? Die Frau Loré, die kenne ich aus der Schulzeit damals und hat mich eines Tages gefragt, ob ich wieder arbeiten gehen möchte und habe mich diesbezüglich beworben. Okay, dann bedanke ich mich für deine Zeit und vielleicht finden wir ja noch mal einen Moment und quatschen noch mal zusammen. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.